Hallo und herzlich willkommen hier zur Niedelnagel neuesten Ausgabe des Telestammtisch und vor einigen Monaten, da haben wir ja mal so ein Comiccaster Crossover Special Deluxe, hast du nicht gesehen, gemacht. Hab da ganz viele, vor allem ja eigentlich ausschließlich männliche Kollegen am Start gehabt, die allesamt in irgendeiner Form einen Comicpodcast betreiben. Wir haben da über Gott und die Welt gesprochen, Technik, Inhalte und keine Ahnung und ganz am Ende des Specials ist uns aufgefallen, dass es wirklich verdammt wenige Frauen gibt, die auch Comicpodcasts machen. Und entweder gab es sie zu dem Zeitpunkt gerade ganz frisch oder eben erst kurz danach, aber inzwischen gibt es einen rein hundertprozentig weiblichen deutschsprachigen Comicpodcast und ich hab's gewagt, diese drei Ladies, die diesen Comicpodcast, den drei Frauen Comics, der Comic-Klatsch, heute mal mit ins Boot zu holen, hier zu einer regulären Ausgabe und wir wollen mal eine Runde plaudern. Erstmal hallo an die Damen, guten Tag. Hey, hoi. Hallo. Wooo. Und es ist so, dass man euch individuell schon auch vorstellen kann, man kann euch aber auch in einem gewissen Rahmen gleichzeitig vorstellen, wenn man nämlich sagt, ihr seid alle erfolgreiche Buchbloggerinnen, die auch Comics mit zum Thema haben, die, wie ich den Eindruck jetzt hatte, bei der Terminfindung auch echt eingespannt sind, was so Arbeit, Privatleben, Studium, man hat's ja nicht gesehen, angeht. Es war echt jetzt nicht so einfach, überhaupt einen Termin zu finden für uns drei, vier. Das kann man sagen und ihr seid Bloggerinnen und ihr seid eben jetzt auch Podcasterinnen, aber es gibt natürlich auch individuelle Sachen, die euch auszeichnen. Unter anderem möchte ich beginnen hier mit der ersten Dame in der Runde, eine Frau, die wahnsinnig viel pendelt und dabei wahnsinnig viele Podcasts hört, mehr als andere produzieren können. Sie hat, glaube ich, so ziemlich alles gehört, was es an deutschsprachigen Comic- und Buchpodcasts gibt und es gibt immer wieder gute Empfehlungen. Außerdem schwärmt sie ständig von ihrer besseren Hälfte. Hi, Sandra. Hi. Das war mir gar nicht so bewusst, dass ich ihn so oft erwähne, aber das scheint wohl so zu sein. Ja, und ich pendle halt zur Arbeit und das sind über zwei Stunden pro Strecke. Da werden einige jetzt in Ohnmacht fallen. Aber so ist das und da höre ich dann halt auch Carst, wenn ich zu müde bin zum Lesen und so. Genau. Super gut. Ja, vielen Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast, um ein bisschen zu plaudern. Die zweite Dame in der Runde hat definitiv einen Vogel. Also ich kann mal sagen, ich habe das gerade schon mal gesagt, denn wir sind jetzt gerade in der quasi zweiten Runde unserer Aufnahmesessions nach kleinen technischen Problemen. Und ich habe immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, das zu sagen, aber den Vogel, den hat sie tatsächlich, denn man hört ihn im Hintergrund piepen und zwar relativ regelmäßig. Er ist quasi so eine Art Sidekick von ihr. Ist sehr regelmäßig eben bei euch im Podcast zu hören. Sie ist unter anderem auch ganz, also mindestens einmal schon als Cosplayerin unterwegs gewesen, denn wir hätten uns fast in Stuttgart getroffen auf der Con, denn dort hat sie wohl die Merida gegeben. Und ich bin generell mal gespannt, was sie heute noch zu sagen hat. Einen wunderschönen guten Tag, Christine. Hallöchen. Also ich war definitiv mehr wie einmal schon als Cosplayerin unterwegs. Also ich mache das jetzt seit drei, vier Jahren, lass mich nicht lügen. Und ich werde auch dieses Jahr wieder in Stuttgart sein. Ich sage noch nicht, was ich anziehe, aber wir machen definitiv einen Termin aus. Das würde mich freuen, auf jeden Fall. Ich glaube, Stuttgart ist eine von den Cons, die man echt mal besuchen kann. Wohnst du da irgendwie in der Nähe? Ist das für dich ein weiter Weg? Äh, nee, nee, wir fahren mit dem Zug hin. Also ich wohne in Ecke Koblenz, also. Okay. Ja gut, dann vielleicht machen wir eine Fahrgemeinschaft auf oder so. Mega nice. Ja, und die dritte Dame in der Runde, da hatte ich auch ein bisschen überlegt, was sagst du eigentlich Schlaues zu ihr? Denn aktuell postet sie vor allem Fotos davon, wie sie lernt. Und gibt da auch Kommentare ab, denn sie ist gerade mittendrin in der Prüfungsphase. Und ich habe echt Respekt davor, dass sie sich heute da so eine Stunde eben freigekämpft und freigeschoben hat, mit uns ein bisschen zu sprechen. Und sie hat davor abgeschrieben, dass es so eine Art Belohnung quasi wäre. Das freut mich ja tatsächlich total, dass sie unser Gespräch heute als Belohnung empfindet. Sie ist eben auch eine Dame, die regelmäßig mal ein Foto von sich postet mit Nerdshirts drauf. Und das ist so ein Trend, den habe ich persönlich noch nicht so richtig mitgekriegt, beziehungsweise bin ich aufgesprungen. Und ja, ich glaube, sie ist auch jemand, der einfach einer von uns ist, muss man so zu sagen. Einen wunderschönen guten Tag, Ariane. Moin. Moin. Ist das mit den T-Shirts so dein Ding, kann man das sagen? Ich habe halt einfach schon seit Jahren irgendwie Nerdshirts, die nehmen den halben Schrank ein. Also kann man ja jetzt, da das irgendwie scheinbar so ein Trend geworden ist, dass man die auch zeigt, habe ich gedacht, joa, hab ich ein paar. Kann man mal machen, ne? Kann ich mal machen. Und die Frage hatte ich vorhin, ich sollte es gar nicht so oft wiederholen, weil das klingt dann überhaupt nicht so professionell. Aber wir hatten das vorhin ja im Gespräch schon mal kurz erläutert. Du kannst sie auch tatsächlich tragen, du musst sie nicht unter irgendwelchen Blusen oder irgendwelchen dicken Pullis verstecken. Du bist offensichtlich im Alltag jemand, der auch nur jetzt mal, wo es passt, oder? Ja, also ich arbeite halt in der IT und die meiste Zeit ist es halt so, dass ich die auch tatsächlich so öffentlich dann tragen kann und nicht nur fürs Wochenende oder mal drunter ziehen oder so. Joa, ich habe doch recht, wenn ich sage, dass ihr drei gern mal ein Buch in die Hand nehmt und da ein bisschen lest. Also das wäre vielleicht sogar ein bisschen untertrieben, weil ich glaube, ihr lest eine ganze Menge und ihr schreibt darüber auch in euren eigenen Blogs. Ariane, vielleicht können wir mal kurz bei dir anfangen. Wie sieht das eigentlich aus? Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie kam es eigentlich dazu, dass du das, was du gelesen hast, dass du da irgendwie auch deine Meinung zuschreiben wolltest? Und vor allem seit wann machst du das schon? Also mein Blog hat tatsächlich am Montag Geburtstag gehabt, weil du bist fünf Jahre alt geworden, angefangen hast. Herzlichen Glückwunsch. Wow, du musst dich da. Du hattest applaudieren, hier ist er. Ja, ich wollte eigentlich eine Aktion dazu starten, aber mitten in der Prüfungsphase habe ich es nicht auf die Kette bekommen. Ich werde nachfeiern. Ich werde Geschenke verteilen. Haha. Ich habe tatsächlich angefangen, eben Nerd mit Nadel zu gründen wegen der Nadel, der Häkelnadel. Ich habe halt zuerst viele freakige, nerdige Amigurumi-Sachen gemacht. Also Amigurumi ist halt Figuren häkeln. Damit fing es dann an und irgendwann hatte Sandra mich gebeten gehabt, ob ich nicht was zu ihrer Reihe Universum der Comics schreiben kann, zu Marvel. Weil ich halt bis dato hauptsächlich im Marvel-Universum unterwegs war. Mittlerweile bin ich es eigentlich fast gar nicht mehr. Aber du bist mein Marvel-Lexikon. Ich bin trotzdem offensichtlich das Marvel-Lexikon hier. Ich habe dazu was geschrieben, habe festgestellt, dass mir das Spaß macht, dazu was zu schreiben. Und seitdem habe ich tatsächlich überhaupt erst angefangen, Comics zu rezensieren. Bücher mache ich tatsächlich total selten, auch wenn ich beim Pendeln halt einfach immer irgendwie Bücher lese. Aber ich schreibe recht selten was zu Büchern. Also es würdest du sagen, du bist eher eine, wenn man das wieder teilen möchte, eine Comic-Bloggerin als eine Buch-Bloggerin. Ja, ich bin halt so eine Comic-Häkel-Studien-Gedöns-Do-it-yourself-Nerd-Scheiß-Bloggerin. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so richtig in eine Schublade passe. Tatsächlich am meisten sind, glaube ich, momentan Comic-Rezensionen da. Obwohl du sagst häkeln, ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade was total durcheinander bringe, aber warst du auch diejenige mit diesem Hai? Mit dem Sharktopus? Ja. Ja. Was ist das denn? Der Sharktopus? Du kennst dich mit B-Movies nicht aus. Wie geht das denn? Alter. Bitte? Sharktopus ist tatsächlich eine Filmreihe. Creature Features. Kennst du vielleicht. Also, ich liebe halt B-Movies, ich liebe Creature Features und da ich Haie sowieso mag und dann kam eben der Sharktopus und ich saß da und war, boah, das erste Mal Sharktopus gesehen, du musst einen Sharktopus häkeln. Das zweite Mal Sharktopus gesehen, du musst einen Sharktopus regeln. Irgendwann war schon der dritte Sharktopus-Film raus und ich hab endlich die Häkelnadel zur Hand genommen und hab einen Sharktopus gemacht. Cool. Dann gab's offensichtlich auch den Moment, wo du die anderen Ladies, die wir hier gerade in der Runde haben, kennengelernt hast. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal kurz zu sprechen kommen. Ariane, wie kam's denn dazu, dass du die Christine und die Sandra dann letztlich ja quasi, dass du mit denen dann zu diesem Podcast gekommen bist? Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Sandra kenne ich halt schon seit über zehn Jahren. Wir haben mal zusammen gearbeitet, haben halt gemeinsame Interessen, die T-Shirts, B-Movies, Comics, haben wir uns damals auch schon drüber unterhalten. Und ja, Arbeitswege haben sich zwar getrennt, wir sind in Kontakt geblieben. Und Christine, die schwirrte da irgendwo in dieser Bloggerblase rum. Und Sandra hat sie wohl mal, das kann die beiden aber besser erzählen, ja schon lange vor mir kennengelernt. Wie war das denn? Also Christine, vielleicht kannst du auch nochmal versuchen, das da so ein bisschen auch aus deiner Perspektive zu erzählen. Wie kam's denn dann dazu, dass ihr dann auch diesen Podcast gemacht habt? Ja, es fühlt sich schon an, als ob's Jahre her wäre, dass wir das gemacht haben. Von daher kann ich ja eigentlich den ganz Ursprung gar nicht sagen. Das ist eigentlich eher so eine Schnapsidee gewesen, die sich halt entwickelt hat. Also ich hab früher halt YouTube-Videos gemacht, hab festgestellt, dass mir es Spaß macht, ins Mikro zu sprechen, mir aber diese ganze Arbeit mit dem Video an sich zu viel Aufwand ist. Also diese Optik, die du da noch mit reinmachst und sprechen, war dann für mich halt die Option, die Alternative. Und ja, irgendwann sind wir dann mal ins Gespräch gekommen und haben halt festgestellt, es gibt irgendwie wenig Frauen-Podcasts mit Comics. Das stimmt wohl. Die da sicherlich auch eine eigene Perspektive mitbringen. Aber bevor wir vielleicht auf dieses Thema Frauen-Podcasts in einem gewissen Rahmen auch nochmal zu sprechen kommen, was ich mir immer denke bei Podcasts zum Thema Comics ist ja, dass ja eigentlich die relativ entscheidende Ebene des Bildes, also das ist ja für so ein Comic jetzt nicht ganz unwichtig, wie der gezeichnet ist und wie die Geschichte eben optisch dargestellt ist, die fehlt bei so einem Podcast ja. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass das irgendwie dann besonders schwer ist, in Podcasts über Comics zu sprechen? Nö. 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 Also ich bin, ich sag's einfach mal so, ich bin ja recht belesen, also ich lese ja schon seit sehr vielen Jahren Bücher und schreibe auch schon seit sehr vielen Jahren über Bücher. Also ich hab vor den Bloggen auch für Magazine online geschrieben. Und dann lernt man sich ja auszudrücken. Es ist nochmal was anderes, über Comics und in diversen Formen zu reden, aber man lernt ja dazu. Also ich find's nicht so schwer. Mhm. Okay. Wie sieht das eigentlich aus? Wer von euch macht denn eigentlich die Technik, diesen ganzen Upload-Quatsch und das dann über die Social-Media-Kanäle zu teilen? Wer macht das bei euch? Das teilen wir uns. Das hat sich so ein bisschen ergeben, ne, wer jetzt was macht. Also schneiden und zusammenstückeln macht Christine. Ja. Genau. Und wir machen dann quasi meistens so die Zuarbeiten, so ein bisschen Ablaufplan, wer teilt, wer schreibt denn jetzt noch Shownotes dazu. Ja, ich mach, die Shownotes mach ich oft auch unterwegs. Du sitzt dann immer mit dem Laptop da oder am Handy oder wie machst du das? Kommt drauf an. Nimm ein Tablet mit oder mit dem Handy geht's dann auch mal unterwegs notfalls. Aber eigentlich dann mit dem Tablet oder zu Hause am PC. Dann schreibt einer den Text an. Der Nächste guckt drüber. Irgendwie das spielt sich so ein, ne? Also tatsächlich hatten wir da überraschend wenig Probleme mit, mit der Aufteilung immer so. Machst du das noch? Hast du grad Luft? Und dann läuft das tatsächlich einfach so irgendwie. Ne, vielleicht könnt ihr uns so ein bisschen auch, wir sind ja alle quasi, wir stecken ja mittendrin, ein bisschen was zur Technik einfach mal erzählen. Mit was nehmt ihr auf? Wie macht ihr das so? Ihr müsst ja glaube ich auch immer Termine finden. Wie regelmäßig erscheint ihr eigentlich? Vielleicht könnt ihr uns da mal so ein bisschen erzählen, wie das dazu kommt, wie so ein Standardablauf einfach ist bei euch. Ja, vor allem auch die Sache mit dem Ablaufplan, die beeindruckt mich ja jetzt ja schon mal mega. Ja, so mega. Wir haben ein tolles Google-Online-Dokument. Drauf steht, dass wir anfangen irgendwie mit News. Dass wir dann unsere Comics vorstellen nacheinander und dann nochmal so berichten eben, was lesen wir gerade, was lesen wir künftig. So was waren dann so Highlights, Lowlights. Dafür gibt's halt einfach erstmal einen Ablauf. Da wir zu dritt sind, haben wir halt beschlossen, die Moderation geht reihum. Das heißt, da steht eigentlich immer nur hauptsächlich drin, wer ist eigentlich dran. Wir sind eigentlich auch gerne spontan, ne? Also ich sag mal ehrlich, scheiß drauf, wenn man nicht vorbereitet ist, ne? Ja, stimmt. Das hatten wir auch schon oft genug und es hat trotzdem immer... Also es kommt dann, ich finde das auch in anderen Podcasts immer schön, wenn es einfach so ein bisschen locker ist. Meistens am Anfang hält man sich ja noch so an seinen Plan und dann wird man immer lockerer, umso länger man redet, ne? Mhm. Das ist nicht schön. Zumindest vergessen wir so nicht die Punkte, über die wir eigentlich sprechen wollten mal. Nicht komplett. Also es ist quasi so ein Stichpunktzettel mit den wichtigsten Punkten, die ihr unbedingt noch mit reinbringen wolltet, ne? Kann man so sagen. Ja, oder wenn eben einer eine News mitbringt, wo er dann einen Link zu reinstellt, damit man eigentlich auch weiß, worüber der spricht, wenn man da eben auch was zu sagen möchte oder so. Oder man gemeinsam dann darüber guckt im Podcast. Das haben wir in der letzten Folge zum Beispiel mit dem Free Comic Book Day und dem Gratis Comic Tag gemacht. Mhm. Und wie läuft das dann mit der Moderation selbst? Und ihr sagt, da steckt quasi dann drin, wer dran ist. Gibt es immer so eine Art Hauptmoderatorin, die quasi die Anmoderation und Abmoderation macht? Oder meint ihr jetzt mehr die einzelnen Segmente davon? Wie ist das? Ja, die Haupt- und Abmoderation, das ist das, was Ariane sagte, das ist immer reihum. Okay, das wechselt in die Ausgabe dann quasi. Genau. Das ist nicht fix festgelegt. Und das ist auch die Person, die halt ein bisschen so drauf achtet, dass der rote Faden eingehalten wird und wir nicht zu weit abdriften. Voll wichtig. Auf die Zeit. Achtet er auch. Ja. Ab und zu. Ja, und stellt dann auch nochmal Fragen und fragt nochmal in die Runde, bevor der nächste dran ist und so. Ja. Ja, so ein bisschen Struktur ist auf jeden Fall voll gut. Also das kann ich nur bestätigen. Ich gebe da auch immer mein Bestes, aber das klappt leider nicht immer. Und dann, okay, dann teilt ihr euch das rein. Das wird dann quasi aufgezeichnet. Ich habe jetzt schon mitbekommen, im Grunde nach arbeitet ihr über Zencaster, glaube ich, auch viel. Das ja mal mehr, mal weniger gut läuft. Dann wollen wir jetzt vielleicht zum Technischen gar nicht mehr so viel einsteigen, wie man Podcasts macht. Das gibt es an anderer Stelle auch schon häufiger mal besprochen. Was natürlich schon so ein großer Punkt ist, wo ich jetzt selbst noch gar nicht so genau weiß, wie wir selber ins Detail gehen wollen, ist natürlich quasi euer Alleinstellungsmerkmal, dass ihr zu 100 Prozent ein weiblicher Comic-Podcast seid. Wie wichtig ist es eigentlich, dass ihr jetzt eben Frauen seid? Ich meine, letztlich geht es doch um die Comics, oder? Ja. Wir haben halt smarte, liebevolle Stimmen. Ohne Frage. Oder auch ganz anders. Also eigentlich, Alleinstellungsmerkmal, das geht ja so ein bisschen runter wie Öl, ne? Also ja, es ist doch nicht schlecht, wenn man ein bisschen heraussticht aus der Masse, aber ansonsten sind unsere Themen ja jetzt nicht anders. Es sind halt Comics und wir reden drüber. Sandra, würdest du sagen, dass ihr eine besonders weibliche Perspektive in irgendeiner Form mitbringt? Und wenn ja, will ich... Entschuldigung, Norddeutsch. Wie sieht Norddeutsch? Nö. Nein. Ja, was ist los? So ungefähr. Nee, stell bitte nochmal die Frage an die Entschuldige. Nö, ist cool. Also ich meine, das ist ja dann auch, wie schon so ein, ich kann das nachvollziehen, ich habe durchaus auch norddeutsche Verwandte, ich kenne das. Also okay, aber es gibt offensichtlich keine besonders weibliche Perspektive, was mich jetzt eben tatsächlich auch so ein bisschen überrascht hatte. Also wir hatten im Vorgespräch, glaube ich, schon gesagt, dass ihr das Gefühl hattet, bei den männlichen Kollegen spielen häufig die Jungs und Mädels im Spandex eine große Rolle und davon wollt ihr euch ein bisschen, jetzt nicht wenigstens distanzieren, aber der wollt eben klar machen, dass die Comiclandschaft doch deutlich breiter aufgestellt ist als eben genau das. Gibt es denn irgendeine Richtung, die ihr jetzt besonders gern macht? Also ich weiß die Antwort darauf natürlich, weil ich euch eben sehr regelmäßig höre, aber also keine Ahnung, Manga, Graphic Novel oder es eben jetzt besonders geschichtlich wichtige Sachen sind oder jetzt eher Liebescomics, politische Comics. Wie sieht das aus, Christine? Kannst du sagen, dass es da irgendwie so Richtungen gibt, die ihr besonders gern abdeckt? Jein. Sag doch, sag doch, was dein Liebling ist. Ich habe auch gleich eine Frage, aber beantworte erst mal. Ich muss ja auch gleich was fragen. Also mein Schwerpunkt liegt halt doch auf den Manga. Ansonsten lese ich überwiegend die Comics in der Originalsprache, sprich Englisch. Als Beispiel zum Beispiel. Das machen die anderen zwei, die gehen ja dann doch eher auf die Übersetzungen, sage ich mal, die hier in Deutschland rausgebracht werden. Ich liebe halt, da muss ich direkt sagen, also ich liebe es ja, wenn die Comics nicht in dieser typischen Buchform sind, sondern noch irgendwie diese Heftform haben. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich so ungern die deutsche Übersetzung lese, weil ich das für mich das Buch nicht zwingend ein Comic. Ich brauche dieses Gefühl eines Comics in der Hand. Kaizu mag keine Hardcover. Damit brauche ich die Frage gar nicht stellen, ob du gelegentlich mal was digital liest, oder? Ne, das ist überhaupt nicht meins. Das heißt aber zum Beispiel auch so Sachen wie Webcomics, die es gar nicht gedruckt gibt, das hast du überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich kann mich nicht drauf konzentrieren. Es ist nicht so, als ob ich es nicht schon versucht hätte, aber es ist nicht meine Welt. Also ich kann mich da nicht lange drauf konzentrieren. Ich brauche das gedruckt. Okay. Kosser Scheiß. Ja, also das heißt, du orderst dir dann irgendwie, keine Ahnung, bei den diversen Online-Plattformen, die im englischen Original dann eben die Manga, in deinem besonderen Fall, dir dann zuschicken. Und du hast einfach alles auf dem Schirm, was da irgendwie neu angeboten wird, oder lässt dich von sonst wo inspirieren. Wie läuft das dann? Also wie genau kommst du da an was ran? Und was liest du vielleicht auch überhaupt nicht? Äh, ich muss direkt sagen, also Manga lese ich schon auf Deutsch. Ich sag mal zu 90 Prozent schon, äh, weil da ist ja doch inzwischen einiges auf den deutschen Markt rüber geschwappt. Die Comic-Hefte halt, die, die klassischen von Image, Dark Horse oder wie sie alle heißen, die lese ich halt im Original, die bestelle ich mit dem Englischen. Ansonsten, äh, ja, also ich bin jetzt niemand, der gezielt irgendwelche, äh, Hefte durchstöbert oder Verlagseiten. Ich lass mich da eher inspirieren und guck mal, wenn ich wieder Bock auf was Neues hab. Gut, ich hab Newsletter abonniert, per E-Mail. Guck dann rein, was halt Neues reinkommt. Aber meistens guck ich dann, wenn mir ein Stil gefällt, recherchiere ich den Autor, den Zeichner und such dann Werke von ihm raus. So geh ich meistens ran, wenn ich ihn noch nicht kenn. Und so entdeck ich Neues. Ah, okay, also kommen auch dann so dann eben auch mal Sachen in deinen Fokus, die jetzt eben nicht aktuell veröffentlicht werden. Richtig, richtig. Also ich muss nicht immer das Neueste vom Neuesten haben, äh, ich nehm auch gerne mal ältere Sachen. Mhm. Cool. Arbeitest du eigentlich auch dann viel mit Rezensionsexemplaren? In der Comic-Welt verdammt selten, muss ich sagen. Also da bin ich jetzt erst durch, äh, Sandra und Ariane so ein bisschen, weil ich hab Bücher, ja, da bin ich so drin. Aber bei Comics, ich lass mich nicht lügen, ich hab vielleicht drei, vier Rezensionsexemplare vielleicht bisher gehabt. Also es ist nicht viel. Da bin ich, da liegt mein, da hab ich eher bei Büchern bin ich da eher dran. Mhm. Also ich kauf das alles selbst. Sehr gut. Okay. Ich hab das Gefühl, Sandra brennt irgendeine Frage unter den Negern. Ach so, äh, ja, darf ich. Äh, äh, hab jetzt grad hier so ein bisschen geträumt und zugehört. Äh, ich habe mich gefragt, was Liebescomics sind. Das ist dir wahrscheinlich, du hast gesagt, ähm, gibt es, lest ihr gerne Superhelden oder dies oder jenes oder Liebescomics? Ich glaub, sowas gibt es gar nicht, ne? Also. Also mega romantische Sachen, wenn man Unterteilung zwischen Comic und Manga machen will, dann ist es im Comic eher weniger als im Manga wahrscheinlich, ne? Weil die Zielgruppe da auch nicht. Ah, da gibt's ja auch diese Boy-Love-Sachen und so, das sind wahrscheinlich auch so Love-Stories. Ja. Zum Beispiel, genau. Ich hab mich da jetzt gar nicht auch... Gänzt es da aus. Ja. Mit Schonei und so. Nein, das ist nicht meine Welt. Aber sie kann uns die Fachbegriffe erklären, das war immer sehr spannend. Ja, ne, das war meine Frage. Ich hab da noch nicht so von gehört. Du wolltest ja auch einfach nur die Klischees rauskitzeln, glaub ich. Exakt, so sieht's aus. Also was wir jetzt schon mitgekriegt haben, ist, dass ihr offensichtlich, so wie die Kollegen, die männlichen Kollegen auch, da er das Medium in den Mittelpunkt eures Podcasts stellt und jetzt mal gar nicht unbedingt so mega Bock drauf habt, jetzt hier eine besonders weibliche Perspektive mit reinzubringen. Und die geschieht vielleicht irgendwie, aber wie auch immer die im Detail aussehen mag. Was wir dann durchaus nochmal klären müssen, ist die Frage, wer hört euch denn jetzt eigentlich und vielleicht wer liest euch auch? Wie sieht's aus mit so Community? Habt ihr da Erfahrungen gesammelt? Wer gibt euch Feedback? Ist das gemischt? Sind's nur Frauen? Sind's nur Männer? Könnt ihr dazu was sagen? Das ist ganz unterschiedlich. Wir kriegen halt auch nicht so viele Kommentare, wie das bei vielen anderen, glaub ich, auch ist. In den Blogs selber kommen mehr Kommentare und da sind es die, die schreiben eher Frauen. Also so, was ich so erfahre. Als ich noch Googles Analytics aktiv hatte, das hab ich nicht mehr seit der DSGVO-Umstellung, hab ich gesehen, ich hatte weit über 50% männliche Leser. Ja, interessanterweise. Das ist recht ungewöhnlich wohl für ein Buch-Blog, Comic-Blog. Ja, aber so, wer uns hört, ja, wissen wir so genau nicht, ne? Das ist ganz unterschiedlich, außer jetzt die Podcaster, die dann sagen, sie haben uns gehört oder nicht gehört. So ein bisschen schwingt, finde ich, immer in solchen Gesprächen ja auch mit, dass Comics schon oft von Männern gelesen werden. Also wenn man jetzt mal guckt, wer bei so Nerdrunden dabei ist, wer sich angemeldet hat zu, keine Ahnung, Leserunden oder zu, zu, auch Podcasts, die ich hier gemacht habe. Das sind schon häufig Typen auch dabei. Ich kann da jetzt so spekulieren, warum Frauen das gar nicht so oft machen. Insbesondere eben Comics zu lesen und zu kaufen, denn der typisch deutsche Comic-Leser ist wohl im Regelfall männlich, um die 40 und gibt eben auch mal, keine Ahnung, 100, 200 Euro für Alben eben auch aus. Keine Ahnung, Franco-Belgisch, schon hast du nicht gesehen. Habt ihr da eine Idee, woran das liegen könnte oder mal anders? Versucht ihr vielleicht auch, Frauen mit ins Boot zu holen und vielleicht vom Medium-Comic zu überzeugen? Ariane, wie sieht das bei dir aus? Hast du schon mal da irgendwie in der Richtung was gestartet? Frauen ins Boot zu holen? Ja, quasi, ne? Also vom Comic zu überzeugen, so. Ähm, ja, vom Comic zu überzeugen ist halt, entweder liegt es einem oder es liegt einem nicht. Also man muss da vielleicht manchmal nur eine Hemmschwelle für einige senken, damit sie sich auch mal trauen, da irgendwie raufzugucken. Äh, Sandra hat ja dieses Comics für Einsteiger gestartet gehabt, was ich ja bei mir auch im Blog aufgegriffen habe, dass man halt so mal ein bisschen aufzeigt, ne? Wenn ich mich noch nicht so ganz damit auskenne, wo kann ich denn mal reinlesen? Ähm, das ist aber völlig geschlechtsunabhängig. Ja, eben. Aber da springen viele Frauen an, ne? Tatsächlich, also viele Bloggerinnen. Das stimmt. Es gibt einige junge, sehr erfolgreiche Bloggerinnen, die jetzt auch viel Comics besprechen und die, glaube ich, schon durchaus durch diese Sachen aufmerksam geworden sind. Ja. Ich glaube aber auch einfach, dass es eine riesengroße Schublade ist. Ich habe mal mich mit Quaric Novels auseinandergesetzt und diese ewig widerliche Schublade aufgeräumt und habe da auch recherchiert, und es ist einfach Schubladendenken. Es lesen nicht nur Männer, es lesen verdammt viele Frauen auch Comics. Verdammt viele. Wenn man sich einfach mal nur mit dem Gebiet beschäftigt, merkt man, wie viele Frauen da einfach unterwegs sind. Das ist einfach eine Schublade, die von den Medien aufgegriffen wird und die nicht richtig ist. Also trügt da jetzt mein ganz subjektiver Eindruck, dass es vor allem Kerle sind, die sich da mit Comics befassen, oder? Ja, definitiv. Weil wahrscheinlich davon weniger, eben mehr Kerle dann in den Medien stehen als Frauen damit. Ja. Wenn man so in die Buchblockblase guckt, die ja nun größtenteils irgendwie gefühlt weiblich ist, oder zumindest meine Blase, die ich da sehe, gefühlt weiblich ist. Ja, das tut es so. Da sind halt viele, die tatsächlich auch eben Comics und Graphic Novels immer mal wieder aufgreifen. Manche halt mehr, manchmal weniger. Aber gefühlt sind es da dann wieder mehr Frauen. Und wenn es um Podcasts geht, sind es wieder mehr Männer gefühlt. Mhm. Ja, das kann durchaus sein. Vielleicht nicht den Frauen einfach eher das Schreiben und die Männer halt eher die Technik. Ja, das wäre wieder Klischee, aber vielleicht ist es ja so. Ja, das kann durchaus sein, aber leider muss ich da auch nur ein bisschen spekulieren. Aber es freut mich zu hören, dass ihr eben genau diesen Eindruck nicht habt, den ich gelegentlich habe, dass da eben so viele Kerle unterwegs sind. Wir hatten bei dem Comic-Caster-Special von einer Sausage-Party, also einer Würstchen-Party gesprochen, weil das einfach eben so viele Kerle sind. Ich finde, das ist schon so der Eindruck, den da... Jetzt sind Bälle-Part. Aber wir reden da auch immer über Baden und so. Und Brüste, die oben aus dem Wasser gucken. Entschuldige, wir sprengen das Format. Wovon ihr auch sprecht, und ich muss sagen, ey, spätestens damit habt ihr sowas von Stein im Brett bei mir gesammelt, ist euer Genuss von alkoholischen Getränken während des Podcasts. Ich glaube, insbesondere Gin ist so ein Ding, das da irgendwie eine Rolle spielen könnte. Vielleicht könnt ihr uns mal erzählen, worum ging's da? Habt ihr einen Lieblings-Gin? Ist das einfach nur Quatsch oder warum ist das so? Wahrscheinlich, weil wir einfach alle gerne Gin Tonic trinken. Ja. Genau. Das verbindet euch, das war Zufall, das habt ihr nachträglich erst festgestellt, oder wie ist das? Ja, nachträglich. Ja, nachträglich. Ich hab gerade in zwei Kisten Gin von La Palma einfliegen lassen, Bio-Gin. Oh, hast du den wieder? Den? Krieg ich eine Flasche? Krieg ich eine Flasche? Nee, das geht leider nicht. Entschuldigung. Der ist echt weg. Das ist nur für uns. Aber wenn du hier bist, kannst du trinken. Ja, welchen trinkst du denn gerne? Gin selbst ist für mich jetzt gar nicht so das Riesenthema. Ich bin mehr so der Wodka-Trinker. Also dann auch gern pur und gern eiskalt und gern auch zwischen anderen Getränken. Aber Wodka ist so mein Ding. Alles andere bin ich jetzt auch nicht abgeneigt. Ich finde auch Gin Tonic mal für den Urlaub zum Beispiel total nice. Aber wenn ich unterwegs bin, dann trinke ich eher sowas wie ein Moskau-Mule oder sowas, weißt du? Und natürlich Bier. Ja, Ariane ist auch ein Biertrinker. Aber ihr geht immer. Christine auch, ne? Ja. Ja. Mit Wein kannst du mich jagen. Christine, du hattest ja vorhin angesprochen. Wir hatten ja kurz über die Con gesprochen, dass man da eben auch unterwegs sein kann, dass quasi das Medium Comic ja auch Live-Veranstaltungen bietet. Wie sieht das eigentlich aus? Ist für euch sowas generell interessant? Beispielsweise haben wir in diesem Jahr ja auch das Comic-Festival in München. Die eine der zweitgrößten, ich sag's mal rein auf Comic ausgerichteten Veranstaltungen in Deutschland. Wir haben diverse Cons, die überall aus dem Boden sprießen oder oben hier in Norddeutschland. Habt ihr jetzt ja auch in Bordesholm das bald auch zweite Comic-Fest, das da eben geben wird. Die Jungs hatten wir ja auch schon im Gespräch. Wie sieht das aus, Sandra? Sind so Live-Veranstaltungen auch dein Ding? Ja, ich würde sehr gerne mal nach Stuttgart fahren, aber es ist halt sehr weit. Und ja, da war ich halt noch nicht. Aber ich bin irgendwie seit, weiß ich nicht, neun Jahren oder so, fahr ich nach Leipzig zur Buchmesse. Und da ist ja auch die Comic-Con, Manga und Comic-Con. Und ja, ansonsten, ich war früher schon immer auf Comic-Börsen. Das ist aber schon so viele Jahre her. Mein Gott, ich bin ja schon so alt. Ich beschäftige mich da schon so lange mit, da gab es das Internet noch gar nicht. Da bin ich schon auf Comic-Börsen gefahren, hab da teilweise auch mal selber was verkauft oder was gekauft. Ja, ich finde es schon sehr geil, aber ich finde es schade, dass viel so in Süddeutschland stattfindet. Aber in Bordesholm, da wollten wir ja letztes Mal hin, aber das hat irgendwie kollidiert, ne Ariane? Ich weiß nicht mehr. Also ich glaube, ich hatte da tatsächlich irgendwie was von der Hochschule. Du warst im Urlaub, glaube ich. Und weil wir Peter und Thomas und Alex und so, die kennen wir ja alle ganz gut aus einer Facebook-Gruppe. Mit Peter hatten wir ja auch schon mal ein Interview, hatte ich ja mal was gemacht. Das war super witzig mit seiner Technik. Da könnte ich Geschichten erzählen. Und nicht so wie ich, die einfach die Aufnahme stoppt, sondern PC im anderen Raum als der Bildschirm und so. Also ganz schräg. Okay. Ja. Und ich frage mich immer noch via Facebook, aber egal. Das weiß ich auch nicht. Aber nächstes Mal fahren wir vielleicht hin. Ist ja nicht so weit. Sau cool. Also die Folge, die habe ich letztens auch verlinkt. Ich hatte ja den Alex und Co. auch zu ihrem Historie der Klon-Saga hier im Gespräch. Und da habe ich euch auch quasi Werbung für euch gemacht, weil ich das Interview da eben auch verlinkt habe und fand das ganz cool. Und wenn alles läuft, dann mit dem Peter hier eben auch nochmal zu den folgenden Specials, zu dem Thema dann noch am Start. Aber ich habe schon das Gefühl, es könnte technisch eine Herausforderung werden, so wie du das hier beschreibst. Das hat ihm auch sehr viel Spaß gemacht. Der macht das bestimmt wieder. Ja Mädels, dann wollen wir vielleicht zum Schluss unserer kleinen Runde hier nochmal ein bisschen versuchen, mal rumzuspekulieren und in die Zukunft zu gucken. Mich würde schon mal interessieren, ob ihr vielleicht sogar Pläne habt, die ihr anteasen könnt. Also es geht jetzt eigentlich um tausend Sachen und gar nichts. Also könnt ihr quasi sagen, okay, wir wollen mit dem Podcast irgendwelche Ziele erfüllen. Wir wollen meinetwegen jetzt noch mehr aufnehmen und noch mehr Leute erreichen. Oder wollt ihr vielleicht auch mal mehr Interviews machen? Wollt ihr das Ganze vielleicht auch, vielleicht ist es auch schon ein Ende in Sicht, wo ihr keinen Bock mehr habt. Also könnt ihr sagen, wie es mit dem Cast einfach in den nächsten Monaten und Jahren weitergeht. Gibt es da schon irgendwas? Also ich denke, das Aktuellste dürfte dann sein, dass wir uns demnächst live und in Farbe sehen werden. Und eigentlich auch planen, live und in Farbe mal zusammen gleichzeitig vor Ort aufzunehmen. Okay. Ja, genau. Ihr trefft euch dann in der Bar. Nein, in der Tisch. Ah ja. Wir haben nämlich eine WG da. Mal gucken, ob wir da nicht auch podcasten. Also eine temporäre WG oder was? Ja. Eine Ferienwohnung halt. Cool. Genau, die Manga Comic Con WG, wenn man so möchte. Mit Rhodey. Genau, unser Rhodey ist auch dabei, Christina. Wir haben noch eine Person mit dabei. Aber ansonsten, ja, wir machen halt einmal im Monat eine Folge und mehr Zeit finden wir leider auch nicht. Und wir tasten uns ran. Es macht uns Spaß. Wir machen, glaube ich, einfach weiter. Hin und wieder werden wir bestimmt mal einen Gast einladen. Das macht uns ja auch Spaß, wenn mal jemand Neues dabei ist. Das würde mich auf jeden Fall auch freuen, da noch mehr zu kriegen. Ja, finde ich super cool. Bin sehr gespannt. Und kann man euch, darf man euch eigentlich ansprechen, wenn man euch in Leipzig trifft? Absolutes Ansprechverbot. Okay. Du darfst aber das ähnlich machen, wie damals Christina es gemacht hat. Einfach mit dem Finger drauf zeigen und sagen, die kenne ich. Und dann kannst du gucken, ob wir reagieren oder nicht. Ey, du. Ey, du. Ich glaube, du bist am besten zu erkennen, Andi. Ja, ich wollte gerade sagen. Nein. Ich habe ihn in Stuttgart auch ewig gesucht und nicht gefunden. Man geht unter, ja. Also wir machen, Andi, ich denke mal, das machen wir dann zusammen einfach. Wir machen einfach immer ein Foto morgens. So, hallo, das sind wir. Das T-Shirt haben wir an. Und dann könnt ihr uns ansprechen, natürlich. Also ich werde mich auch wieder verkleiden. Christine, was machst du in der Zeit eigentlich mit deinem Sidekick, mit deinem Vogel, den ich heute noch gar nicht gehört habe? Lebt der noch? Ja, es ist. Nein, momentan liegt die Katze auf dem Schoß. Ach, den Vogel dachte ich, okay. Nee, nee. Du musst auf die Uhrzeit gucken. Das ist jetzt schon wieder dämmerig. Der ist schon wieder im Stall. Der ist jetzt ruhig. Wir nehmen ja normal immer so vormittags auf, da ist er wach. Deshalb ist er heute ruhig. Okay, alles klar, sehr gut. Aber wir wollten ja eigentlich einen Ersatzvogel mitnehmen. Mal gucken. Ja, einen Stoffvogel. Ach so. Wann. Ja. Wunderbar. Da freuen wir uns drauf. Mädels, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, mit uns ein bisschen zu plaudern. Das Ganze ist so wie immer, dass wir in den Shownotes natürlich alles verlinken, was es zu euch gibt. Also inklusive aller Blogs, Social Media Accounts und eben auch Links zu den Podcasts werdet ihr definitiv alles in den Shownotes finden. Es war mir eine wahre Freude, mit euch heute eine Runde zu plaudern und eben auch euren Caster nochmal ein bisschen in den Fokus zu rücken. Ob ich da jetzt auf diesen Plattform bin, weiß ich gar nicht, aber es war mir trotzdem eine wahre Freude. Und ich hoffe, dass wir uns in irgendeiner Form auch mal persönlich kennenlernen oder vielleicht nochmal eine ähnliche Konstellation hier zusammenkriegen. Bis dann. Ja, dankeschön. Bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss.